Yo, yo, YouTube, was geht? Euer Jacob Beam am Start und zwar heute wieder mit ein bisschen Content. Wir kommen gar nicht aus dem Flow mit dem Content raus, hier geht's immer weiter, immer weiter. Heute ein sehr, sehr geiles Gameplay mit einer Waffe, die ihr wahrscheinlich niemals erraten würdet, wenn man die irgendwie jemandem geben sollte und er sollte sagen, hier, fass mal auf, welche Waffe ist geil für Rebirth, welche Waffe Shepard für Rebirth, welche ist einfach im Nahkampf der absolute Brecher. Ihr würdet nicht drauf kommen. Ich habe sie erst im Ground Loop genommen und dann nochmal in der nächsten Runde getestet. Ey, es ist einfach absolut, absolut geil. Und zwar, es handelt sich um die Nail Gun. Ja, ihr habt richtig gehört, die Nail Gun, höchstwahrscheinlich Bauplan von Bosch, ja. Richtig, richtig geil. Wir können da echt mit die Leute rausholen. Problem ist halt nur 20 Schuss, aber wenn ihr die Hits wirklich trefft, wenn ihr die Nägel, die Schüsse wirklich trefft, dann ist die Waffe der absolute Burner. Probiert sie aus, testet sie einfach mal. Nehmen wir mal, ich habe jetzt den Bauplan gehabt von dem einen, also von der Waffe, habe sie aber halt auch in DM Ultra durch den Unlock All damals. Also eigentlich kann man es auch so spielen, man musste gar nicht kaufen. Damals man hat es auch irgendwie freispielen können und probiert es einfach mal aus. Aber, 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 ich will nur eins dazu sagen, passt auf jeden Fall mit einem 20 Schuss auf. Wenn ihr einen gedownt habt oder einen Gegner rausgenommen habt, versucht dann auch direkt irgendwie Reposition rauszuholen, Waffe nachzuladen und dann wieder weiterzumachen, weil ihr kriegt mit 20 Schuss keinen 2-3 Leute down und dann die noch zu finishen. Deswegen einen rausnehmen, nächsten rausnehmen, nächsten rausnehmen und dann immer schön entspannt sein. Als weiteres, und das ist meine allerletzte Bitte an euch, einmal den Kanal bitte abonnieren. Damit würden wir mir und dem Channel natürlich sehr, sehr weiterhelfen. Da können wir mehr Reichweite erzeugen. Und natürlich, wenn euch das Video gefällt, ein Like da lassen. Und falls ihr Ideen oder irgendwelche Inspirationen für mich habt, für zukünftigen Content einfach einen Kommentar drunter schreiben, was es denn sein sollte. Euch einen schönen Abend, viel Spaß im Video. Im Anschluss kommt auch noch der Bauplan in dem Ultra für euch extra. Bis dann. Ciao. Ich habe es gerade eben angefangen. Wir müssen die Leute abpacken, müssen die Clamers hinsetzen, ganz wichtig. Aber Schaden ist doch geil hoch, oder? Ja, brutal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaube selbst, ich habe eine Grüne Poppen. Ja, das funktioniert. Ich glaube, die Weifel, ich habe eine Waffe, Mama. Ich habe die Person, ich habe eine Drahtung damit gekackt. Ja, ich schaffe sie. Ja, ich verstehe sie. Ja, ich sehe sie. Tschüss. den hast du mir aber geklaut weg hier liegen sie oh mein gott oh mein gott was war mit denen los oh mein gott was war mit denen los oh 2 2 2 Geil, dass ich sie gefunden habe. Gute Runde für uns beide. Ja man. 25 Kills? Easy. Bisschen. 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 Aber der eine meinte. Oh mein Gott. Was war mit denen los? Ja. Hahahaha. 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 Wisschen. Ja Hobbit nah gehen kann ja das stimmt ja. Hahahaha. Ja esse geht ab. Hahahaha. Hahahaha. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.